Mein Selbstbewusstsein sagt mir, nee, da wird sich keiner für dich umdrehen und du bist ganz schnell wieder weg vom Fenster. Ich singe zwar viel und habe immer für mich gesungen, aber mich nie wirklich getraut, sozusagen in den Lichtkegel zu steigen. Wenn ich einen Song singe, dann stelle ich mich jedes Mal an den Abgrund und zeige den Leuten meine Seele und möchte die dann mit den Leuten teilen. Und deswegen ist das ein ganz intimer Moment, in dem ich alles offenlege, was in meinem Inneren gerade vorgeht. Wie Michael Heinemann aussieht, wie alt er ist, wo er herkommt, die Coaches wissen nichts über den Kindergartenerzieher aus Dresden. Der 26-Jährige hat nur seine Stimme, um die Coaches zu überzeugen. Der 26-Jährige hat nur seine Stimme, um die Coaches zu überzeugen.